Wir fuhren und fahren, das war eigentlich direkt neben den Eupen. Da war das letzte Jahr im Grand Prix der Trois-Fontiers, wo wir schon mitgenommen haben. Das war also dann am Anfang direkt am Lüftdürfen eben drühen, zur Ragen. Ja, wir waren auch schon um 6 Uhr abgestanden, um gegen 7, 4 oder 5 Uhr zu fahren. Und für immer Zeit, neben dem Jean-Marie zu sehen, haben wir auch schon alle vorgefahren, was wir natürlich auch alle zusammen bekommen. Das ist der erste Mal noch. Und dann haben wir nur noch ein Fahrt von ungefähr 1,5 Stunden führen. Das ist schon die ganze 2 Stunden. Ja, und dann fangen wir unten Leute zu tannen an. Und ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt, wie viele Leute da sind. Dann sehen wir uns da haben. bis win. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. säga Hausst, lasst! Oh, 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 oh 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 Hey Hey Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Like if I chose what comes next, I never really know A million miles, left to go Them guns go pow, but I'm ready for the war Cause I'll never run away from who knocking at my door I never paid attention to whoever tell me no I'd take you around, take you down Better stay ready, better stay ready If the stars start falling now And the world stop turning round Oh yeah, did you give your everything? Did I give your everything? Oh yeah, if you wanna ride with me Oh yeah, let me come alive baby Oh yeah, if you wanna ride with me Oh yeah, if you wanna ride with me Oh yeah, let me show you How bad do you wanna live? How bad do you wanna live? Oh yeah, me, I'm ready Oh yeah, how bad do you come for an hour? Oh yeah, I need to lose control of what you say Das war's.